Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Videoformat von mir. Ich habe bei der lieben Debbie von Falling Alice etwas gesehen, kurz vor der Leipziger Buchmesse, was ich super spannend und interessant fand. Und zwar hat sie sich ihre Ausbeute vom letzten Jahr der Buchmesse nochmal angesehen und hat dann dazu eben kommentiert, live sozusagen, während sie es angeguckt hat, ob sie die Bücher gelesen hat, wie sie sie fand und was ihr da in Erinnerung geblieben ist. Und ja, so ähnlich habe ich mir das heute auch vorgestellt. Wir gucken uns einfach mal die Bücher an, die ich letztes Jahr im Monat Mai gekauft habe, denn der Mai steht ja so gut wie vor der Tür. Und ich dachte, wenn wir da so den Monat, der darauf folgend kommt, sozusagen ansehen und wir sagen, wir haben hier zwölf Monate Zeit gehabt, es zu lesen. Ja, und dann gucke ich einfach mal zusammen mit euch. Ihr werdet, so wie ich, das Video im Grunde auch hier ein bisschen in kleiner Form sozusagen sehen und auch natürlich ein bisschen vielleicht zusammengeschnitten oder so. Es soll ja hier kein endloses Video werden. Und ich möchte sehen, was ist denn letztes Jahr im Mai bei mir eingezogen? Was habe ich schon gelesen? Wie hat es mir gefallen? Und ja, warum wurde vielleicht was noch nicht gelesen oder wie auch immer? Und bin da sehr, sehr neugierig selbst, denn ich werde mir natürlich jetzt das Video hier parallel ansehen, tatsächlich nicht groß anhören, aber ansehen und bin da einfach mal gespannt. Ich gucke sehr, sehr selten alte Videos von mir. Ich hoffe, dass das letztes Jahr im Mai einigermaßen erträglich ist, sich das selbst anzugucken. Und ja, bin da jetzt sehr gespannt, was da so kommen wird. Ach ja, das alte Intro. Sehr schön. Gefällt mir schon mal gut. Oh, ich war da also auch schon blond. Ja, ich glaube, kurze Zeit später sind sie dunkler geworden. Aber darum soll es ja theoretisch gar nicht gehen. Ja, es sind auch allerhand Bücher bei mir eingezogen. Elf Stück, wobei hier schon die Betonung liegt auf mehr E-Books. Ja, als erstes ist Pharaos eingezogen und Pharaos von Laura Labers wurde von mir auch gelesen. Ich habe ja die ganze Reihe letztes Jahr ziemlich hintereinander dann auch verschlungen und bin ja durch Love-Le-Books auf Laura Labers aufmerksam geworden. Und ja, man sieht hier auch Hydra ist schon eingezogen. Das war dann, glaube ich, auch der zweite Teil. Und es sind dann durchweg, glaube ich, alle fünf Teile bei mir eingezogen und mittlerweile auch noch die neue Reihe von Laura Labers. Und ja, ich habe die Reihe sehr, sehr gemocht. Habe sie sehr gerne auch gelesen. War letztes Jahr auch so eine Highlight-Reihe. Und auch Laura Labers ist ja eine ganz liebe und sympathische Autorin, die ich auch in Leipzig treffen durfte. Und ich hatte auch schon ein Hangout mit ihr. Ja, wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass das im Grunde so klappt. Und ja, freut mich. Also es ist schön, die Reihe jetzt so nochmal in Erinnerung zu haben. Und diese Unwandelbar-Reihe, die ja echt Spaß gemacht hat. Also es war wirklich tolles Urban Fantasy mit einer tollen Protagonistin und einer tollen Welt, die Laura Labers sich hat hier einfallen lassen und die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich froh bin, dass die Bücher letztes Jahr bei mir eingezogen sind und auch gelesen wurden. Dann ist Noelle und Noelle bei mir eingezogen von der Booktube-Kollegin Niki Kiso. Und auch das Buch habe ich ziemlich zeitnah gelesen, fand es tatsächlich nur okay. Es hat mich sehr, sehr verwirrt, dass im Grunde beide Perspektiven gleich geklungen haben. Also dass Noelle und Noelle eben nur Unterschied mit zwei L, einem L und dann noch ein E getrennt waren. Da war ich in der Geschichte sehr verwirrt. Es ist auch so ein bisschen in der Fantasy-Richtung. Wir haben hier ja eine Geschichte auch um Drachen, was ich sehr kreativ fand, sprachlich leider nicht ganz so begeistert war. Und wie gesagt, ich war auch immer sehr verwirrt von diesem Noelle und Noelle, das mich irgendwie total irritiert hat. Und ja, fand ich sehr, sehr schade, aber es wurde gelesen. Dann ist bei mir Anyone Dies in Paradise eingezogen von Laura Newman. Ich glaube, es war auch die Zeit, wo wir das Test gelesen haben. Und ja, das ist der zweite Teil. Der erste Teil ist Another Day in Paradise. Das ist ja auch dieser Zombie-Avokalypse-Road-Trip durch Texas, USA. Wie man hier beim zweiten Teil sieht, geht es eher in den Norden, wo auch Schnee liegt. Und das war ja wirklich eine Reihe, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Humor. Ich mochte diesen Roadtrip. Ich war froh, dass die Zombies eher Nebencharaktere waren. Aber das war wirklich eine Geschichte, die ich sehr, sehr gelungen fand. Und ich auch einfach die Art toll fand, wie wir das in der Ich-Perspektive erlebt haben. Wie uns das Laura hat erleben lassen. Und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Die Charaktere wirklich toll. Auch für ein Jugendbuch wirklich ganz, ganz toll und tiefgründig. Und ja, auch die an ihren Aufgaben wachsen. Und hier gibt es so die ein oder andere Wendung, die ich wirklich ganz schlimm fand. Nicht von schlecht, im Sinne von schlecht, sondern eben von Gott, wie konnte das passieren. Aber ja, war ein toller zweiter Band, eine tolle Dialogie und absolut beide Teile empfehlenswert. Ja, eine Kurzgeschichte von Stephen King ist eingezogen. Omi. Es war ja letztes Jahr so, dass jede Woche ein Stephen King eine Kurzgeschichte herausgebracht wurde vom Heine Verlag. Und Omi ist bei mir eingezogen. Und es war eine ganz gruselige Kurzgeschichte. Ja, die mit einer Omi zu tun hat. Die stirbt, während der junge Enkel da ist. Und ja, mit dem im Grunde dann die Fantasie durchgeht. Und es war grauenhaft. Es war ganz schlimm. Es war ganz viel Gänsehaut. Es war ganz viel... Oh mein Gott. Und ja, hier hat Stephen King wirklich in der Kurzgeschichte gezeigt, was er kann. Es sind ja nicht alle seine Kurzgeschichten gut. Aber Omi hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und ist in sehr guter Erinnerung. Dann habe ich gehört Colleen Hoover's Hope Forever. Ich bin ja ein Hoover-Fan. Zumindest alle Bücher, die ich gelesen habe. Aber insbesondere die ersten Teile von Reihen fand ich immer großartig. Und ich glaube, ich hatte mir das Hörbuch gehört, weil ich, glaube ich, war im Mai mal irgendwie krank. Letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und konnte daher irgendwie nicht lesen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich hatte und habe mir dann das Hörbuch geholt. Und bei Hope Forever war halt auch wieder so der Plottwist, der dann auftaucht, der einen emotional wirklich wie einen Rack zurücklässt. Es ist toll geschrieben. Ich finde, Colleen Hoover kann schreiben. Sie reißt einen mit, sie hat tolle Protagonisten, tolle Charaktere. Auch die Stimme habe ich in sehr positiver Erinnerung. Es war, glaube ich, mein zweites Hörbuch, was ich von Colleen Hoover gehört habe. Und man kann sich da halt auch wunderbar fallen lassen und hat die Charaktere vor Augen. Und mir hat die Geschichte gut gefallen. Hat wirklich Spaß gemacht. Und dank des Ordinal-Abos ist man da ja auch immer für ein Guthaben dabei. Ich glaube, das war sogar noch die Zeit, wo ich für 3,95 Euro das Guthaben hatte. Dementsprechend auch ein Schnäppchen war. Und fand ich wirklich toll. Habe ich in guter Erinnerung. Ich glaube, es gibt ja noch einen zweiten Teil dazu, wenn ich mich nicht täusche. Aber bei zweiten Teilen und Colleen Hoover und ich, da sind wir nicht so ganz Freunde. Aber es ist auch lustig, gucke ich gerade, dass ich ja vor dem gleichen Bücherregal sitze, wie gerade eben. Und das war tatsächlich nicht abgesprochen. Sondern ich hatte es mir vorher gar nicht groß angeguckt. Und denke gerade so, okay, zum Glück hast du nicht den gleichen Pulli an. Das war jetzt gerade noch so mein Gedankengang. Aber ja, ein lustiger Random Fact nebenbei. Dann ist eingezogen von Andi Bielfeldt vor GIF Sommerzauber. Hier gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auch schon Winterzauber. Ich weiß noch gar nicht, ob es den Frühling, Herbst schon gibt. Ich glaube, der sollte dieses Jahr erscheinen. Das war eine sehr gefühlvolle Liebesgeschichte. So richtig an viele erinnern tue ich mich gerade nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich mir dann auch nur die Wintergeschichte zugelegt hatte, aber noch nicht gelesen habe. Und jetzt eben noch so dem Frühling und dem Herbst entgegen fiebere. Also es wird diese vierteilige Reihe. Je nach Jahreszeit kann man aber, glaube ich, soweit ich mich erinnere, auch unabhängig voneinander lesen. Spielen, glaube ich, immer nur so die Charaktere, immer mal so eine Nebenrolle. Habe ich in guter Erinnerung, wurde also auch gelesen. Und Andi Biefeldt, finde ich, hat sowieso einen ganz tollen Schreibstil. Egal, ob sie Romane schreibt oder sie hat ja auch diese Urban Fantasy-Reihe Nila Amrut, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, auch eine ganz sympathische Autorin, die ich auch schon kennenlernen durfte. Und ja, auch vor GIF wurde dementsprechend schon gelesen. Ja, da kam der zweite Band von Die Königin der Schatten verflucht von Erika Johansson. Einen zweiten Band, auf den ich sehnsüchtig gewartet habe, da mir der erste Band unglaublich gut gefallen hat. Wir hier ja auch in so einer dystopischen Welt sind, wo wir die Protagonistin im Grunde im ersten Teil kennenlernen, die eben versteckt lebt, da sie eben nicht als Erbin des Königreiches hervortreten darf, sondern eben erst, wenn sie tatsächlich an der Reihe ist, ja, als Königin aufzutreten. Und der erste Teil packend war, spannend war und mir unglaublich gut gefallen hat. Der zweite Teil mich dann, soweit ich mich erinnere, ganz schön enttäuscht auch zurückgelassen hat. Ich es ganz okay fand, aber ich glaube, es auch gar nicht den Drang irgendwie verspürt hatte, den dritten Teil zu lesen. Ich weiß auch gar nicht, ob der mittlerweile erschienen ist. Und ich mochte auch den Stil von Erika Johansson ganz gerne. Es war so ein bisschen ausschweifender und wirklich sehr bildhaft erzählen, was mir wirklich gut gefallen hat. Aber es war irgendwie nicht die Richtung, die ich wollte. Ich glaube, es war wieder ein bisschen zu pubertär, ein bisschen zu viele Probleme, die man eben in der Dystopie gefälligst nicht zu haben hat. Aber ich finde, da ist einfach anderes wichtig und nicht irgendeine Liebesgeschichte. Dementsprechend war der zweite Band nicht ganz so gut. Aber ja, er war okay. Ah, und dann kam unser erstes Leseclub-Buch, Eleanor und Park. Der Leseclub ist ja so entstanden, dass Phil, Alicia und ich gemerkt haben, wir haben alle drei das gleiche Buch auf dem Sub. Und ob wir uns da nicht zusammentun wollen und wir dann gesagt haben, hey, vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die Eleanor und Park nicht kennen. Und so ist ja der Leseclub dann entstanden. Und wir lesen ja konsequent seit letztes Jahr, Mai, Juni, jeden Monat ein Buch zusammen, was ich großartig finde, es immer wieder Spaß macht. Auch die Community einfach zu fragen, welche der drei vorgeschlagenen Sub-Bücher von uns wir im Grunde gemeinsam lesen. Und dass da wirklich so eine Community draus geworden ist und so eine Gruppe, die lebendig ist, die sich toll austauscht über die Bücher. Und dementsprechend ist auch Eleanor und Park schon gelesen worden. Hat mir leider nicht ganz so gut gefallen, wie ich es erwartet hatte. Es hat tatsächlich die ein oder andere Länge für mich gehabt. Es war eine schöne Grundstory dieser beiden Charaktere, die wir auch verfolgen, die ganz unterschiedlich sind, aber eben so ein ähnliches Leid haben, gerade was Mobbing angeht. Und ja, ich habe es damals in Englisch gelesen. Vielleicht lag es noch an der Sprache. Das kann man tatsächlich nicht wissen. Aber ja, ich habe es in guter Erinnerung, aber eben auch sehr wenig in Erinnerung. Ja, wie es manchmal so ist. Aber es wurde gelesen und ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass wir doch jetzt gerade einen recht guten Schnitt bis jetzt zu wissen haben, was die gelesenen Bücher so angeht. Und ja, ich finde auch gerade schön, so darüber nachzudenken, dass wir dann tatsächlich schon fast ein Jahr den Leseclub haben. Also das finde ich sehr schön. Also ja, vielleicht seid ihr ja da auch dabei. Wenn ihr nicht, findet ihr es natürlich unten in der Infobox. Ja, dann kam von Georgia Martin und Gardner Dosser Königinnen im Exil. Das war diese erste Kurzgeschichtenband. Ein Megawälzer, der immer noch im Regal steht und den ich tatsächlich noch nicht gelesen habe und den ich auch noch nicht mal angefangen habe, eine Geschichte daraus zu lesen. Ja, ich habe den Bruder des Königs, das war der zweite Kurzgeschichtenband, den habe ich, glaube ich, letztes Jahr, Ende des Jahres, wenn es nicht Anfang diesen Jahres war, gelesen und auch wirklich so die Kurzgeschichten sehr, sehr genossen. Es sind ja ganz unterschiedliche High-Fantasy-Autoren mit dabei, neben George R. Martin, ich glaube auch Rodfuss und wie sie alle heißen, Sanderson, Hennon, keine Ahnung, also ganz, ganz viele. Und ja, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich glaube, es liegt auch daran, weil es einfach so mega dick war und mir vielleicht auch dann noch nicht direkt zeitnah nach Kurzgeschichten irgendwie Lust war. Ich weiß, dass ich es, glaube ich, günstig bei Rebuy ersteigert, also bekommen habe oder es war auf jeden Fall ein gebrauchtes Mengeexemplar. Ich weiß nicht mehr genau. Und ja, aber das erinnert mich gerade so, dass da ja ein Kurzgeschichtenband steht, der auf mich wartet. Und daneben fehlt mir ja auch von George R. Martin noch der fünfte Teil, der das Lied von Eis und Feuer Saga, der englische fünfte Teil, den ich ja auch noch nicht gelesen habe, in der Hoffnung, dass der sechste doch noch bis 31.12. dieses Jahr erscheint. Ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ja, aber das erste Buch tatsächlich aus dem Mai letzten Jahres, das noch nicht gelesen wurde, finde ich gerade. Ja, ich finde sogar, dass das okay ist. Also irgendwie stört mich jetzt nicht und bringt mich gar nicht in Verzweiflung. Damit kann ich gerade gut leben. Dann war das neue Amy Harmon Buch Unser Himmel in tausend Farben. Ja, ein Buch, das ich gelesen habe, leider nicht wirklich so gut fand, was ich sehr schade finde. Amy Harmon hatte mich mit ihrem ersten Buch absolut packen können, deren Titel ich gerade nicht mehr weiß. Das zweite Buch war okay. Das dritte war wieder sehr gelungen. Ich glaube, das müsste das vierte gewesen sein. Ja, ich glaube, es war das vierte. Und das hat mich leider nicht ganz so begeistern können. Optisch ein absolut schönes Buch und auch die Broschur wirklich ganz, ganz toll. Ja, irgendwie komme ich jetzt auch so ein bisschen von der Autorin ab, was ich schade finde. Aber ja, kann einem nicht immer alles gefallen. Ja, und das waren scheinbar schon meine Neuzugänge aus dem Mai. Finde ich, ist doch ein guter Schnitt. Also es ist jetzt ja ein Buch gewesen, das ich nicht gelesen habe, was ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Schnitt finde. Und ja, ich denke, das Buch wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch gelesen. Und ich meine, es steht ja greifbar da oben. Da muss man nur ein bisschen Lust und Muse haben auf Kurzgeschichten. Dann greift man da auch einfach mal zu. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie hat euch das Format gefallen? Wollt ihr das vielleicht regelmäßig sehen, dass ich mir immer mal wieder die Neuzugänge des Monats von vor einem Jahr vornehme? Würde mich einfach eure Meinung wirklich sehr interessieren, wie euch das gefallen hat, auch die Gedanken so dazu gefallen hat. Und ja, bin da einfach mega gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar oder beides, wie ihr möchtet. Einfach damit ich ein bisschen, ja, eine Info habe, ob euch das gefallen hat und ob ihr das nochmal sehen wollt. Ich fand es eigentlich ganz spannend, so die Bücher nochmal durchzugehen. Und sich das Video einfach auch mal anzugucken. Und ja, einfach nochmal so überlegen, was habe ich damals erhalten, was gelesen und wie fand ich das gegebenenfalls auch. Hat mir jetzt Spaß gemacht, vielleicht euch ja auch. Dann wäre ich sehr gespannt auf eure Meinung. Danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi. Tschüss, eure Steffi. Vielen Dank.